es ist ja alles noch sehr sehr vage ist würde ich mal also so würde ich es mal dann wollen wir erstmal zur abteil auch mit der sicht heute ja schon sehr sehr cool ich kann mich da jetzt echt so gar nach dem satz sehen muss ich sagen es einfach neu und das heißt mit der etwas älteren engine sieht es einfach so genial aus und so lebendig das vielleicht mich gerade schon ein bisschen auch weil es ja dynamisch aussieht und zum beispiel in der welt von klären service muss ich leider den vergleich wieder ziehen ja jetzt ich fühle mich leider leider sehr künstlich angefühlt so das scheint dann hier die abtei zu sein nicht wahr ja ja bitte was kann ich gar nichts kannst du fünf acht doch was möchtet ihr mit dir kann ich handeln das ist ja gut dann kriegst du auch ne die kann ich mir verschenken ja dann schenke ich dir die ja so zu kriegen die menschliche art auch wir haben so ewig die krempel auch schon ne das möchte ich ja mit seife ja die seife kann es auch haben stein bilden ja jüdische arm aber ist doch auch die form passen den Krug, den Rubin, die Steintasse, die Stoff, die Tontassen. Von deinen komischen Büchern kann man jetzt nichts leisten. Und wenn es nur unsere Reichweite erhöht, beim Schlagen, dann reicht mir das schon. Esel. Reisender Händler. Ich bin gerade auf der Durchreise. So, so. Ja, gut. Aber es ist jetzt nicht so was interessantes bei. Ähm, das ist wahrscheinlich auch. Ne, da bist du ein Söldner. Okay. Ach so, da kann man sich hin teleportieren. So, mit wem sollen wir noch gleich sprechen? Ähm. Ja, gut. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Einfach mal in die Kapelle gehen. Vielleicht ist da ja jemand drin. Ähm. Okay. Ja, dann... ...suchen wir jetzt die Flasche Duftwasser. Fischerhütte westlich der Abteil. Das könnte ja denn die Hütte sein, die da hinten am See war. Springen wir einfach überall drüber. Wer weiß, wer weiß. Ach, da vorne ist hier eine Hütte. Na, komm her, du Jesch. Komm her. Als Pfeiler möchte ich da gerade gar nicht voran gehen, aber... ...anders bleibt mir, glaube ich, gar nicht übrig. Ja. Dann soll das wohl so sein. Und das Eisenschwert ist jetzt natürlich dasselbe wie in Oblivion. Aber naja, was soll's. So, da oben sieht man die Flasche schon. Jetzt muss er denn noch hochkommen. Ja. So schon mal nicht. Hm. Hm, hm. Ein Telekinese-Zauber haben wir. Oh, wer bist du denn? Oh. Ein Dolphien. Dann legen wir den doch mal. Ja. Ich hab aber keinen Jog-Tonant. Wer bist du denn? Ach, der Jäger, der hat uns vorhin schon... ...in der Abteil begrüßt. Gut. Jetzt muss man da irgendwie hochkommen nun. Oh. Ist doch ein Schlachterfisch. Oh, bist du. Also die gibt's dann noch. Gut. Da springt er raus. Und dann probier ich mal die Flasche vom Dach zu schießen. Oh. Das hat jetzt noch so ganz geklappt. Gehen wir mal da rein. Vielleicht... ...hilft uns das gar nicht. Oh. Boah. Schon wieder Ratten. Wo noch der einen Aufbau von der Krankheit die Küchern würde ich schon mal sagen. Komm her. Das Fleisch kommt hin mit... Ich weiß es gerade gar nicht was es bringt... ...Klemsheim wie wiederherstellen wir dann... ...nehmen wir das auf alle Fälle mit. das soll ich hier auch mit und wo geht es hier hin ach da geht es wieder raus ok ja toll das unterschließen hat schon mal nicht geklappt ich probiere das ist noch mal nicht mehr muss man die dinge etwas aus einem anderen blickwinkel sehen habe ich das komplett versaut hier gibt es irgendwo anders aber auch auf den fassen dann haben wir da auch schon das duftwasser na gut dann war das ist doch nicht so schnell dann kriegen wir noch ein paar fallen sehr schön das hat der jäger sehr schön gemacht und dann haben wir ja auch schon unsere ersten gar nicht vorher waren ja eigentlich auch schon nebenquests oder bestimmt ich würde jetzt nicht als hauptquests bezeichnen dann spielen wir da auch mal aufs dach ein hut denn so so ja ok gut das ist ja auch schon so schön also das hier auch nicht klauen sonst kriegen wir auf die fresse oder so von den göttern ich kann wohl überhalten in der abtei an so so das ist doch schön zu hören der bist du schwester ein glück kommt näher es muss ja nicht jeder hören nicht wahr hört mal hättet ihr also wollt ihr mir vielleicht bei einer sache ähm tja ähm ja was meintest du denn ja wunderbar genau das meinte ich doch tatsächlich tja ja also es geht um nun ja um wildschweine ihr wisst schon diese Tiere mit den hauern nicht wahr da lebt so eins hier gleich in der nähe unmittelbar hinter diesen wänden stellt euch das nur vor und es scharrt ja ja genau es scharrt jede nacht im boden wirklich jede nacht auf jeden fall lässt mich dieses gescharre nicht einschlafen stellt euch vor ich habe nicht mehr geschlafen seit ach was weiß ich seit wann das wildschwein versteht ihr das wildschwein muss sterben und zwar heute heute muss es tot sein ganz tot mausetot wir beide werden es erlegen ja ja ich komme mit euch ihr ihr braucht also keine keine angst zu haben nicht wahr das erleichtert euch sicher nicht wirklich kommt ihr mit das wildschwein töten ich gebe euch auch zwei erstklassige heiltränke wenn ihr mit mir also wenn ihr mir helft meine ich ja gut dann dann gehen wir wildschweine jagen ganz toll ehrlich na dann also gehen wir los ja das wildschwein ist irgendwo hinter der abtei wir werden es schon finden denke ich nicht wahr geht ruhig vor und ihr braucht keine keine angst zu haben vor dem wildschwein wirklich nicht ich also ich bin ja direkt hinter euch denkt dran ok hoffe ich das jetzt so beruhigt weiß ich nicht steigen wir jetzt ein level auf ja stärker konstitutionen wieder ja geschickt möchte ich auch wieder steigern und jetzt dauert es wieder wo ist das tragbuch da verfügbare zauber gerade das hat so ein bisschen was von den von den magiekreisen aus kasselig naja dann gehen wir mal deinen wildschwein jagen oh oh nein nicht gut so wie ich das sehe hat duras mal wieder ein neues opfer für die jagd auf seine paranoia fantasien gefunden und ausgerechnet euch also hört mal zu duras ist etwas anders als die anderen hier er sieht und hört manchmal dinge die es gar nicht gibt momentan ist es ein wildschwein oder etwas in der art wenn ich euch also einen guten rat geben darf lasst die sache auf sich beruhen ich hätte sowieso eine viel lukrativere aufgabe für euch wenn ihr möchte etwas weiter stromaufwärts haben einige goblins den fluss angestaut fragt aber bitte nicht warum diese penetranten plagegeister machen nie etwas das sinnvoll wäre der dam jedenfalls muss dort weg und die goblins gleich dazu sie haben sich in einer kleinen höhle gleich neben dem fluss eingenistet ich kenne die höhle wenn sie dort hocken wo ich sie vermute wird das ein leichtes spiel sein sie zu überraschen wenn ihr mehr helft dann kann ich euch einige kniffe im bogenschießen beibringen aber falls das nichts für euch ist nun ja dann geht doch von mir aus duras hinterher entscheidet euch aber bitte schnell ich habe auch noch etwas anderes zu erledigen ja gut dann aber ihr glaubt doch etwa nicht was eric sagt nein ich meine er will mich immer fertig machen wisst ihr wenn du das so sagst dann habe ich angst dass du mich vergewaltigst mein freund ich gehe lieber zu dem hier wie lautet eure ausgezeichnet ich wusste doch gleich dass ihr vernünftig seid ihr werdet aber einen bogen brauchen wenn wir die goblins in eine Falle mit was stehe ich denn vor dir gerade wenn ihr keinen habt könnt ihr meinen Zweitbogen nehmen er liegt in der Abtei auf meinem Bett Pfeile sind in meiner Kiste gleich daneben wir gehen jetzt den Fluss entlang nach Norden der Goblin-Damm ist nicht weit aber trotzdem müssen wir nicht trödeln gut dann gehen wir goblins jagen lauf lauf du fleißiger Biber oder so oh wie weit man gucken kann das ist toll ok da baut sich trotzdem noch ein bisschen was auf aber es ist trotzdem sehr cool das soll der Damm da sein oder irgendwie hier ist der Damm ah ja seht ihr ihn? und die Höhle mit den Goblins darin befindet sich gleich links neben dem Flussufer wir werden es so machen dass ihr in die Höhle geht und die kleinen Mistviechern eine Falle lockt während ich mich um den Damm kümmere hört zu mit einiger Wahrscheinlichkeit werden sich die Goblins in der Höhle in einem geräumigen Felskessel aufhalten früher wurde diese Höhle als Lager genutzt aber das steht schon seit geraumer Zeit leer denn die Decke über eben diesem Felskessel ist extrem brüchig und kann leicht einstürzen damit werden wir die Goblins auch drankriegen hier nehmt diese Sprengladung sie ist sehr klein aber richtig platziert sollte sie ihre Wirkung nicht verfehlen steckt die Ladung an einem möglichst engen Ort da drin die Erschütterung wird die Höhlendecke zum Einsturz bringen und die Goblins werden darunter begraben bevor es aber dazu kommt werdet ihr vom Bogen Gebrauch machen müssen gleich in der Nähe des Eingangs ist eine Tür die Goblins haben sie mit Sicherheit verschlossen und glaubt mir das Ding ist nicht gerade dünn über einen Seiteneingang werdet ihr allerdings zu einer Stelle kommen an der ihr freie Schussbahn auf die Rückseite der Tür habt schießt einen Pfeil auf das Schuss danach könnt ihr natürlich auch kämpfen aber ich weiß nicht wie viele Goblins da drin sind mir persönlich wäre eine saubere Sprengung lieber legen wir los diese Aufgabe dürfte nicht allzu schwer sein ok ok ich komme doch hellu misspie aber schön dass die Viecher jetzt hier so stehen aber ich wollte ja aufhören so zu vergleichen ja komm gut das geht natürlich auch ich dachte die haben sie verriegelt ok ich bin jetzt ein bisschen verwirrt naja gehen wir doch einfach mal hier durch so jetzt weiter ok soll ich jetzt schon auf das Schloss schießen ok ok von hier komme ich dann da drüber oder wie ah ok was haben wir denn hier noch irgendetwas gibt es irgendetwas tolles oh Pfeile Pfeile sind immer gut das ist ja richtig heftig dass wir die ratten nicht in ruhe lassen ist alles gut doch hier bin ich jetzt auch das schloss schießen oder wie das ist doch das geht doch niemals hin und hier dann drauf schießen ich wollte mich ja verarschen leute zu hoch okay dann geht es jetzt wieder zurück die jetzt nicht unbedingt mit gerechnet dass das klappt aber irgendwas haben die sich ja sicher dabei gedacht jetzt müssen wir noch mal eine feile wieder haben komm her gut mir fehlt jetzt so ein bisschen wie der ruck aus skyrim den ich dann blocken gibt naja klappt ja auch so auch wenn das gar nicht so toll ist finde ich dafür spiele ich im moment aber generell doch sehr viel skyrim naja also wenn ich überhaupt mal zu irgendwas komme sooo ne ich schwed kann uns euch draußen lassen das quatsch das ähm ja möchte ich so die das wird scharf und das sieht jetzt aber genauso aus wie in dem anfangs dungeon in aublevian genau derselbe raum da unten war dann so ein rattenkäfig dahinten tanzte so ein schamane rum okay dann haben sie also die sachen für verwendet und durch die sachen kann man durchschlagen so ab zur tür und dann möchte ich hier wieder raus ach ne ach doch da muss ich ja sogar her das ist ja der ausgang man kann schon sagen hier erkunde ich jetzt mal nicht rum aber das muss ich ja so hatte ich erst gedacht dass oh gute güte ich habe das gefühl sie bisher draußen gehört wäre komisch wenn nicht jetzt geht mir mal den bogen damit ich retten hör zu wenn ihr schießen wollt dann haltet die luft an oder atmet aus dadurch könnt ihr die hand ruhiger halten und seht ihr wenn man die sehne ein klein wenig lockerer hält kann das eure zielgenauigkeit steigern behaltet das immer im hinterkopf das wäre es auch schon danke nochmal für eure hilfe wärt ihr mit duras mitgegangen hättet ihr sicherlich nicht so viel spaß gehabt hat sich denn dadurch jetzt meine schießkunst verbessert oder nicht das ist eine schütze ne sind wir noch auf 25 das hat sicher gelohnt arschloch ach doch jetzt gut dann nehme ich alles zurück und will nichts gesagt haben ja und ich würde sagen ja gut ist lecker hat ein bisschen da das hier jetzt schon alles vorgedreht ist und ich mir jetzt ein bisschen Zeit lassen kann beende ich die Aufnahmen an dieser Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal macht's gut die 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 die